Und hier ist sie wieder. Die 10 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Jetzt machen wir Ihren grauen Alltag richtig bunt. Herzlich willkommen zur 10 Euro Überraschungsshow. Wir wissen nicht, was dran kommt. Oder hast du gelunzt? Natürlich nicht. Nein, hat sie recht. Sie dürfen es zu fünfmal jeweils bestellen. Es sei denn, es kommt ein Preissalarm. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Okay. Oh, da hinten auf den billigen Plätzen. Plätzchen? Es wird bunt. Es wird bunt und groß. Oh, über sowas freue ich mich ja immer. Oh, was, 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 was? Ich bin ja bereits schon 15 Mal umgezogen. Mit sowas machst du mir echt eine Freude. Sowas wünsche ich mir sogar zum Geburtstag. Das passt auch super zu deinem Outfit. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du jetzt zu Hause renovierst in deinen schönen Hochzeitsschlappen und dem wunderbaren Fummel. Die sind sogar vegan. Die habe ich von einem lieben Kunden geschickt bekommen. Aber es soll ja nicht um die Schuhe gehen, sondern um dieses tolle Werkzeugset. Bestehend aus ganz vielen Schraubenziehern, 50 Schraubendreher in unterschiedlichen Größen und sogar die Bits dazu. Das ist ja der Wahnsinn. Guck mal. Und dann so praktisch auch noch verstaut. Das ist auch gleichzeitig, wenn du möchtest, nicht nur einen Stand, sondern auch eine Wandhalterung. Dann eben auch noch das Ganze richtig schön gummiert. Also liegt prächtig in der Hand. Ich liebe so eine Haptik an einem guten Werkzeug, wo man richtig schön mit arbeiten kann. Liegt fein in der Hand. 50-teiliges Schraubendreher und Bits hat in dieser Halterung drin, auch eben an der Wand direkt befestigt. Dann hat man es immer griffbereit. Ist es oben auch markiert direkt, was man da jeweils hat? Ah, super. Und unten die Bits ganz fein verstaut. Also das ist wirklich was ganz Feines. Und das für 10 Euro. Das ist der Wahnsinn. Also für so eine kleine Allround-Ausstattung für einen Handwerker. Was würdest du jetzt direkt reparieren? Du hast bestimmt ein paar Sachen zu erledigen zu Hause jetzt, oder? Ja, auch gerade so Sachen mal festziehen wieder. Schubladen festziehen. Aber was du gerade noch gesagt hast, möchte ich noch ganz fix aufgreifen. Das ist beschriftet, aber vorne. Das heißt, man muss sich jeweils den Schraubendreher rausziehen, um zu gucken, was habe ich jetzt. Sondern es ist hier schön gekennzeichnet. Die Größe, Schlitzkreuz, Torx, Innenkant, Sechskant, was auch immer. Das ist natürlich nützlich und kostet normalerweise viel, viel mehr auf pearl.de. Nämlich knapp 18 Euro. Und jetzt bei uns für 10 Euro. Und ich liebe ja all unsere Werkzeuge von AGT, weil da kauft man einfach Qualität. Ja, und das ist richtig langlebig. Also Top-Qualität, liegt super in der Hand. Für jeden Arbeitsschritt eigentlich alles dabei. Ich lese mal vor, was alles mit drin ist. In dieser Sortierbox alles beschriftet. Sieben Schlitzschraubendreher, sechs Kreuzschraubendreher, drei Schraubendreher, passend für Torx. Ein Bit-Halter, der ist wahrscheinlich auch magnetisch. Und 32 Bits. Viermal Schlitzaufsätze, viermal Vierkantaufsätze, achtmal Torx-TR-Aufsätze, vier Aufsätze für Kreuzschlitz und vier Potsi-Drive-Aufsätze, acht Aufsätze für Sechskant-Innen und ja, ein Magnetisierer und Entenmagnetisierer. Und das für 10 Euro. Jetzt sind wir mehr zu Hause, jetzt arbeiten wir mehr zu Hause. Das ist sehr, sehr, sehr nötig, jetzt das einzukaufen. NX 39 67 und die 569 ist ihre Bestellnummer. Da würde ich nicht lange zögern, denn Sie wissen ja, wie verrückt die Lieferketten gerade spielen. Im Moment lieferbar würde ich auch im Moment direkt zuschlagen. Ja, das stimmt. Bei uns spielen nicht nur die Lieferketten verrückt, sondern auch die Preise und die Moderatorinnen. Greifen Sie jetzt zu... Was los? Ja, manchmal. Aber jetzt hat man ja auch viel Zeit zum Heimwerken. Man ist zu Hause und man überlegt, was könnte ich noch machen. Ob im Garten, Balkon, Terrasse oder in der Wohnung. Das macht ja auch Spaß. Das muss bestimmt ganz, ganz viel zu tun, weil du bist jetzt umgezogen, musst alles neu machen. Bilderrahmen, Schrauben auch wieder festzudrehen, die locker geworden sind. Und Möbel zusammenschrauben, die kommen. All das ist ja möglich mit diesem wunderbaren Set. 50, zahlend für 10 Euro. Wo kriegt man denn sowas, wenn nicht hier? Und wir machen weiter. Oh, Mensch, von XXL zu ganz XXS. Zu meiner Farbe. Dankeschön. Oh, das ist auch cool. Hier. Oh ja. Alle Handwerker aufgepasst. Wer kennt das nicht? Ich habe ja auch so ein Häuschen gekauft. Das ist ein bisschen älter. Und ich habe so ein Spitzdach. Und bei manchen Ecken hat es immer so richtig gezogen. Da hätte ich sowas gebraucht. Hier misst man eben Gegenstände. Ganz einfach wie so eine Pistole eben zu gebrauchen. Und dann sehen Sie auch hier direkt, ich messe mal hinten die LED-Leinwand. 24 Grad, zack, immer direkt akkurat angezeigt. Auch mit einem Laserpointer eben. Also nicht für Menschen, sondern für Gegenstände. Handwerker wissen genau, von was ich rede hier. Das ist wirklich toll einsetzbar. Gerade mal um zu gucken, wo ist vielleicht ja die Dämmung vom Dach nicht so gut. Oder wo fehlt vielleicht, wo ist irgendwo ein Loch, wo kommt es kalt rein oder wo ist die Heizung nicht ganz dicht. All das kann man ja hiermit gut erspüren oder eher gesagt ertesten. Das ist ein Thermometer eben. Und da hat man wirklich, können Sie auch auf Fahrenheit umstellen. Aber wir sind ja hier in Europa, da ist ja Celsius angebracht. Oder eben auch ein Laserpointer. Also sehr tolles Gerät. Markenqualität von AGT auch wieder für Sie. Also das kann man wirklich für alles nutzen. Messen Sie blitzschnell Temperaturen sogar aus sicherer Entfernung, ob an Wänden, Öfen oder Motorenoberflächen. Und da hat man eben hier diesen ganz präzisen Infrarotsensor. Funktioniert übrigens auch für Autoküche, Pool oder Baustellen. Also das kann man ganz, ganz vielseitig einsetzen. Auch für Badewannen oder Badewassertemperatur für die Kinder. Die will man ja nicht in heißes Wasser stecken. Da kann man auch vorher hier die Temperatur messen. Also das ist ganz nützlich gemacht. Und das vollkommen berührungslos. Kann man überall sehr gut einsetzen. Bestellnummer ist die NX8111 und die 5600. Und auch hier dürfen Sie bis zu 5 bald zugreifen. Ja, also ich finde es wirklich gigantisch, was möglich ist. Für 10 Euro ist es wirklich ein Wow-Schnäppchen vor dem Herrn. Da würde ich nicht lange zögern. Auch dieses Produkt ist für Sie jetzt lieferbar. Greifen Sie zu. 10 Euro ist wirklich eine feine Qualität. Und ich weiß, als Handwerker denken Sie sich sowieso, muss ich Ihnen nicht erklären. Das können Sie mir wahrscheinlich noch viel besser erklären. Also Sie wissen, was Sie da für ein Schnäppchen haben. Bestellen Sie es schnell, rasch unter unserer neuen gebührenfreien Telefonnummer 0800 51 51 3 mal die 4. Ja, greifen Sie jetzt zu. Wie gesagt, das kann man für den gesamten Haushalt sehr, sehr gut gebrauchen haben. Man hat einen großen Messbereich von minus 50 Grad bis plus 380 Grad. Wow. NX 81 11 und die 569 jetzt unbedingt ans Telefon gehen. Egal, ob Sie Eigentumsbesitzer sind, eine Wohnung, eines Häuschens oder ganz gerne auch selber mal handwerkeln und tüfteln und basteln. Und macht ja auch Spaß, wenn man da so ein bisschen was Selbstgemachtes hat. Und hier geht das eben so einfach und berührungslos. Was nicht berührungslos geht, ist das Wassern. Deswegen müssen wir den jetzt berühren. Und das mache ich jetzt. Du machst es sehr spannend. Spannend machst du es so. Berührungslos buzzern müssen wir auch lernen. Das ist ja auch cool. Gab es da nicht auch mal ein Lied von Nena, Leuchtturm? Guck mal. Ich glaube schon, oder? Sehr, sehr süß. Und das Ganze wieder eben mit Solarpanel. Das heißt, keine lästigen Kabel, keine Batterien, die man nachkaufen muss. Und zuckersüß zum Anschauen eben. Solardeko, Leuchtturm mit LED-Licht und drehendem Reflektor. Also direkt so nachgestellt wie eben so ein süßer Leuchtturm. Eben so charmant, wie die in der Ferne aussehen. Und den holen Sie sich dann ganz, ganz nah in den Garten oder vielleicht auch als Deko so ins Bad. Das wäre doch auch charmant, oder? Stimmt. Badezimmer, als Deko im Garten. Weil das ist ja hier solarbetrieben. Sie sehen ja hier die kleine Solarzelle. Und wenn ich die dann tagsüber rausstelle, lädt sich die Solarzelle auf. Und dann leuchtet er in der Nacht. Der dreht sich hier wie ein echter Leuchtturm. Und ich finde, sowas erweckt so ein bisschen Fernweh. Wir sehen uns doch nach Urlaub. Nach einfach mal rausgehen, ob es Ostsee ist oder egal wo. Das ist so ein Stückchen Urlaubserinnerung, was man sich hier nach Hause holt, oder? Oh, das ist total süß. Jetzt, wo wir weniger verreisen, holen wir uns eben einfach den Urlaub nach Hause. Also, ich könnte mir das wirklich tatsächlich vorstellen, in einem Bad, dass ihr alles oft weiß eben. Und wenn man in der Wanne liegt, so ein bisschen diesen charmanten Leuchtturm, der dann auch diese kleine Lichtquelle eben spendet. Und das Tolle ist wieder, wir sind hier bei Pearl TV und deswegen das Schnäppchen für Sie jetzt für 10 Euro. Und aber halt auch eine tolle Qualität, weil Solarbetriebene, immer wenn es dämmert, geht dieses Lämplein an und dieser Reflektor dreht sich eben so genau so echt nach, so getreu, wie es eben in echt ist. Und auch die Detailverliebtheit unten, das kleine Türchen und die Fensterlein, muss man sich dann vorstellen, wie viele Treppenstufen meinst du, geht es bis nach ganz oben? Was schätzt du? 560, 566. Oh, meinst du so viele? Ich hätte mir das auf 127 getippt. Echt, so ein richtiger Leuchtturm? Nee, ich glaube... Ja, okay. Aber wie viele Teile hat er denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vielleicht kann das mal die richtige nachschauen. So ein echter, na gut, der hier, glaube ich, hat 127, aber... Nee, nie, niemals. Die will stehen mal, das ist die NX 15, 22, 5, 6, 9. Okay, 500, wie viel? 23. 566. Auf jeden Fall sichern Sie sich bitte so ein schönes Deko-Element. Ist auch ein toller Geschenkidee. Für 10 Euro lohnt sich das auf jeden Fall. Und auch im Dunkeln sieht der noch viel, viel schöner aus. Wir haben ihn jetzt gar nicht im Dunkeln gesehen. Das ist ein kleines Träumchen und es lädt eben auch zum Träumen ein. Hast du schon mal einen echten Leuchtturm gesehen? Gesehen, ja, aber ich bin noch nie hochgegangen. Ich hatte mal einen auf Sylt, war ich mal nah dran. Also bin ich mal vorbeigejoggt. Auf Teneriffa tatsächlich auch. Echt? Ja, ich finde die sehr romantisch, charmant. Und die haben so was Mystisches auch, ne? Ja, stimmt. Da gibt es auch viele Horrorfilme. Mystisch wie der Zwarzerknopf. Oh, der Preisalarm. Das bedeutet, hier hat sich ein Produkt, was hier gar nicht reingehört. Warum ich so gestockt habe. Unsere Redakteurin hat uns gerade durchs Ohr gegeben. Der Leuchtturm in Warnemünde hat 135 Stufen. Ich habe gewonnen. Ich habe 127 gesagt. Ja, somit sage ich ja, geht der Punkt an dich. Ja, gut, danke für den Punkt. Nö. Willst du einfach so? Ja, ich sammle mir die Punkte. Irgendwas kann ich bestimmt mit den Punkten irgendwann machen. Okay, hier haben wir, oh, jetzt haben wir ein Medizinprodukt der Klasse 2, nämlich ein medizinischer Fingerpulsoximeter. Was macht man damit? Damit kontrollieren Sie Puls- und Sauerstoffsättigung direkt hier am Finger. Gerade beim Sport in größeren Höhen sollten Sie Ihre Blutwerte stets im Auge behalten, zum Beispiel beim Bergsteigen oder Skifahren. Aber auch für Personen mit Herzinsuffizienz oder Asthma bronchiale ist der Pulsoximeter der ideale Begleiter. Ja, Sie sehen das gerade, die Anwendung ist kinderleicht. Stecken Sie einfach den Finger hinein, schon misst der Pulsoximeter vollkommen schmerzfrei. Und jetzt ist das fertig. Das sieht man jetzt hier auf dem LCD-Display, da sieht man die grafische Anzeige und damit kannst du jede Zeit die Werte ganz leicht ablesen. Ja, Wahnsinn. Also Oximeter, da steht ja Oxy wie Oxygen, schätze ich, also Sauerstoff. Wie Sauerstoff, genau. Und Puls eben. Und jetzt habe ich gerade, oh, ich habe es nicht so schnell lesen können, aber guck mal, wie schnell. Ich habe nur den Finger reingesteckt, einmal einschalten, dann sieht man tatsächlich auch die Kurve, wie gemessen wird. Und wenn es dann richtig so piepst, dann haben wir das Ergebnis. Also das ist wirklich sehr praktisch, sehr spannend. Und ganz ehrlich, von der Bedienung leichter kann es ja gar nicht gehen. Und auch vom Messergebnis, schneller geht es, glaube ich, auch nicht. Schauen Sie mal hier. Dann haben wir Sauerstoffgehalt und PRBPM, also Blood Pressure ist es, ne? Das ist der Wahnsinn. Schauen wir mal zusammen auf pearl.de, um da den Preis zu vergleichen. Das ist ein Preishit mit knapp 20 Euro und UVP liegt bei 70 Euro. Das ist doch mal der Wahnsinn. Also ich glaube, man muss sowas tatsächlich in einem Finger stecken, wenn man dann auch ruhig ist und das in der Ruhephase machen. Deswegen nicht dabei platt waren und so, dann hat man keine akkuraten Ergebnisse. Aber tolles Gerät und das für 10 Euro, das würde ich mir sehr schnell ergattern. NX 8740 und die 569 ist die Bestellung für unser Fingerpuls-Oximeter. Es ist klein, es ist handlich, somit kann ich es immer und überall dabei haben. Gerade wenn Sie wissen, Sie sind Asthmatiker, Sie haben Lungenerkrankungen oder machen Sport in anderen Höhen, sollte das immer dabei sein. Oh, und wir hören gerade, unser Leuchtturm ist sehr, sehr beliebt. Unter anderem hat Angelika zugegriffen. Liebe Angelika, alles richtig gemacht? Ja, das ist wirklich so ein bisschen eine schöne Unterstützung und es gibt dann auch so ein bisschen Sicherheit und ein gutes Gefühl. Weil das kann man ja auch unterwegs machen, wenn man irgendwo mal wartet, sitzt und irgendwie ein mulmiges Gefühl hat. Da weiß man dann, hey, ist alles im grünen Bereich oder sollte ich mal wieder meinen Doktor aufsuchen. Also eine schöne Unterstützung. Sie wissen selber, ob Sie das brauchen. Dankeschön. Thank you. Denny, wollen wir miteinander telefonieren? Ja. Ich habe ein Telefon für 10 Euro. Komm her, schmeiß. Pass auf. Für 10 Euro. Ja. Das geht auch gar nicht. Und vor allen Dingen, das ist ein ganz besonderes Telefon, denn das ist mit, ich glaube, Dual-SIM-Funktion, ne? Also zwei SIM-Karten kann man hier, glaube ich, reinpacken. Okay, ich gucke mal mal einen schlauen Zettel. Das ist, also ja genau, hier steht es, SIM 1 und SIM 2 kann man hier einlegen. Das heißt, ein Telefon, was aufs Wichtigste reduziert ist, telefonieren. Heutzutage kaufst du ja überall ein Smartphone. Meine Oma zum Beispiel kommt mit Smartphones nicht zurecht. Die war am Handygeschäft, wollte ein Handy kaufen. Die hat ja gesagt, gute Frau, sowas geht bei uns nicht. Wir haben sowas gar nicht mehr. Das ist eine Rarität, das ist eine Seltenheit. Sowas gibt es kaum noch zu kaufen. Also für alle, die mit Smartphones nicht zurechtkommen, die noch ein günstiges Zeit-Telefon suchen oder was für den Urlaub, was günstig ist, ist das genau das Richtige? Und vor allen Dingen, man ist ja auf zwei Nummern erreichbar. Dual-SIM-Funktion, sprich, Sie können eine Nummer privat nutzen, eine beruflich oder eben nur eine Nummer, aber das ist ja genial, oder? Wahnsinn. Also wo kriegst du denn sowas noch? Also einfach nur ein ganz normales Telefon. Wenn niemand sagt, aber ich will doch nur telefonieren. Ich muss nicht diese ganze Smartphone-Möglichkeiten, weil das macht ja nicht Smart, das macht eh blöd. Hiermit will ich telefonieren. Und da haben Sie sogar die Möglichkeit, zwei SIM-Karten hier reinzustecken. Also Dual-SIM, weltweit können Sie es benutzen, weil wir haben ja ein anderes System in Amerika als in Europa zum Beispiel. Man hat natürlich hier kabellose Telefonie, aber auch Musik. Sie können nämlich per Bluetooth einfach auch hier die Musik steuern oder empfangen sozusagen. Ausdauernder Akku bis zwei Stunden erlangt. Das ist auch sehr, sehr lang für so einen Akku. und eben, wow, zwei SIM-Karten und das für 10 Euro und auch mal einfach ganz normal zu bedienen. Bei den ganzen anderen Geräten. Ich ist wie bei meinem Papa, der hat sich auch geweigert, so ein Smartphone. Der hat es mal probiert und dann hat er gemeint, ist er nicht, will er nicht, möchte er nicht. Muss man ja auch nicht. Ist auch eine ganz andere Generation. Eben. Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen. Nee, muss man auch nicht. Ich finde es auch okay, das zu verweigern. Man muss erreichbar sein, das geht per Telefon und hiermit ist es eben möglich. Die Bestellung aus die PX2440 und die 569 ergattern Sie sich. Hier unser schönes Mobiltelefon von Pearl mit zwei SIM-Karten-Möglichkeiten und eine Kamera ist ja auch mit bei. Also das ist wirklich mal eine schöne Sache, muss ich mal gestehen hier. Und eine Taschenlampe ist auch dabei. Also das ist wirklich ganz nützlich. Gerade ist es klein, ist es praktisch. Wenn man abends dann doch mal weggeht, passt es schön in die Handtasche. Also eben auch das Wichtigste reduziert. Dafür wurde ja ein Telefon erfunden, um zu telefonieren. Richtig. Ja, einfach mal back to the basics. Aber so basic ist es nicht, weil eben diese Dual-SIM-Möglichkeit. Trotzdem auch eine Kamera, wenn man mal sagt, hey, weißt du was, mach ich mit. Und ein Lichtlein. Jetzt sollte Ihnen ein Lichtlein aufgehen und das schnell bestellen. Und weiter geht's. Das ist so ein Stuhlfeuerzeug. Das ist ein elektronisches Feuerzeug mit doppelten Lichtbogen. Fang. Hui. Ui, ich kann nicht gut fangen. Aber die sind richtig cool, weil die kann man nämlich immer wieder aufladen. Oh, der Wasser läuft noch. Die kann man immer wieder aufladen. Und gerade so für Raucher oder Kerzenliebhaber ist das Gold wert. Schauen Sie mal, die haben hier, wenn ich hier anmache, diesen elektronischen Lichtbogen. Ja, und somit ist das wie ein Sturmfeuerzeug. Also kann man nicht auspusten. Probier das mal auszupusten, Danny. Nee, ich muss erst mal jetzt hier ankriegen. Ach, oben drückt man. Geht nicht. Wow, das ist wirklich der Wahnsinn. Es ist auf jeden Fall faszinierend, weil schauen Sie mal, sehen Sie hier dieses Kreuz da, dieses Lichtbogenkreuz, sind zwei Plasma-Bögen, die sich so überkreuzen. Also das ist schon einfach, ich weiß nicht, aber das sieht manchmal die Hand weg. Oder sehen Sie das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es richtig cool und es ist auch von der Haptik genial und von der Optik ist es auch richtig cool. Also es hat auch hier so einen Sicherheitsverschluss, damit es nicht einfach aufgeht. Den kann man runternehmen. Ist auch, glaube ich, wasserfest. Ist das wasserfest? Also es ist so gummiert. Ich glaube, das kann man sogar in Wasser... Ja, wetterfestes Gehäuse nach IP56. Und wenn der Akku einmal vollgeladen ist, reicht das bis zu 100 Zündungen. Das heißt, du kannst ja entweder 100 Mal eine Kippe anzünden oder 100 Mal eine Kerze anzünden. Das ist schon cool. Wahnsinn. Nee, es ist aber eine ganz tolle Geschenkidee. Also das ist etwas, damit kommen Sie dann ganz einfach ins Gespräch auch, weil ganz ehrlich, das ist halt kein Feuerzeug. Das ist ein elektrisches Feuerzeug mit diesen Plasmabögen und es sind auch noch zwei Plasmabögen. Man kennt die ja mit dem einen Bogen. Das ist ja schon ganz hip und ganz cool. Aber hier haben Sie zwei, also dieses Kreuz. Und das ist auch wirklich so was, das verleitet zum Spielen. Das bringt so ein bisschen Schwung in die Bude und so ein bisschen diesen drögen, alten, grauen Alltag mal aus den Wänden schubsen. Und hiermit macht es einfach mehr Spaß. Ist auch toll, liegt in der Hand, ganz fein. Hier hat es auch so eine Öse. Also kann man sich auch wieder hier mit einem Bändchen vielleicht oder mit einem Karabiner an den Gürteln machen. Ist auch ziemlich cool. Hat vor allen Dingen auch nicht jeder. Hier sieht man übrigens, dass auch das Wasserfest ist. Der ideale Begleiter für unterwegs. Und den gibt es mit der Bestellnummer NX1430 und der 569. Auch eine sehr, sehr schöne Geschenkidee für Kerzenliebhaber. Und wir kommen hier übrigens von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 30 Euro. Überlegen Sie mal, 30 Euro, das ist ja der Wahnsinn, oder? Ja, aber das würde ich auch da so angesiedelt sehen. Und wenn man in Geschäfte guckt, dann denke ich, unter 20 Euro kriegst du es auf keinen Fall. Und bei 30, weil es eben auch noch so richtig cool von der Haptik ist, gummiert, sieht so ein bisschen so Army-Color-mäßig aus. Dieses Camouflage ist schon wirklich so ein Trendprodukt, so was richtig Cooles. Das für 10 Euro, also da können Sie auch mehrmals zugreifen, würde ich auch tun. Huda! Huda! Was machst du da hinten auf dem Blick? Cooles Soundeffekt hat sie drauf, Anne. Huda! Mach du noch mal das Soundgeräusch, komm. Huda! Huda! So schüchtern kennen wir die ja gar nicht. Huda! Ach, guck mal. Übrigens, unser Schraubendreher-Set ist jetzt schon sehr stark nachgefragt. Die Jutta hat so Begriff, eine Frau, ja, liebe Jutta, Sie machen alles richtig. Und wenn Sie dann noch Ihre Wohnung, die Sie so schön repariert haben, beleuchten wollen, wie wäre es denn damit? Die passt auch jetzt zu deinem Outfit. Also das ist richtig cool. Die Lampe passt schon beim Outfit. Du mit den weißen Schuhen auf dem weißen Sessel mit dieser weißen Lampe. Das ist mal hier überhaupt die besteste Präsentation überhaupt. Also wenn Ihnen jetzt kein Licht aufgeht. Und by the way, ich liebe die Lampe jetzt noch mehr. Ich habe sie schon vorher geliebt, ohne dass du sie präsentiert hast. Es ist wirklich eine meiner Lieblingslampen, weil die hat so einen 70s-Flair. Die hat so einen richtig süßen Bauch und die hat eben auch diese Möglichkeiten, diese verschiedenen Lichtwahl. Liebst du mich auch deswegen? Du bist nicht so eine bauchige Lampe. Oh, schnuggi. Nee, nee, nee. Aber die ist so süß und die hat ja auch noch hier Bewegungsmelder. Und was kann die noch, Anne, kommen? Ich kann die Farbe wechseln. Schauen Sie mal, wenn man den Schalter in die Mitte stellt, hat sie Bewegungsmelder. Und ich kann sogar das Licht wechseln. Das ist jetzt so ein klassisches Kaltweiß, wenn Sie abends nochmal ein Buch lesen möchten, arbeiten möchten. Und dann haben Sie noch so ein schönes Warmweiß. Das gefällt mir besonders gut. Das ist so ein indirektes Licht, ein gemütliches Licht, wenn man abends nochmal zusammensitzt bei einem Gläschen Rotwein mit dem Partner. Und es sich gemütlich machen will. Also man kann das ja einstellen, wie man möchte. Und ich an Ihrer Stelle würde gleich mehrfach zugreifen. Am besten gleich zweimal für den Partner natürlich mit, wenn man es neben das Bett stellt, oder? Ja. Nee, also ich mag das auch so symmetrisch dekorieren. Aber du hältst die oben an der Öse. Das ist natürlich auch perfekt fürs Camping. Also ich finde die fast zu schön fürs Camping. Aber ganz ehrlich, Camping, da macht man es sich ja auch sehr schön. Heutzutage haben ja Leute, das lieben das. Und ich bin auch bald jetzt so weit, dass ich sage, hey, Sommerurlaub, lieber Camping. Das ist sicherer. Und so eine Lampe, die ist ja auch robust. Die kann man sich auf den Nachttisch stellen oder eben dann auch im Zelt hinhängen. Also wir haben einen Bewegungssensor und einen Dämmerungssensor. Und die zwei Lichtfarbenmöglichkeiten. Also richtig cool. Aber ich liebe das Design. So eine bauchige Süße. Die ist so knuddeln. Ich mag die so gerne. Und an dir, auf dir, mit dir sieht die noch schöner aus. Also ich muss auch anrufen. Für 10 Euro. Ich würde die in so einem Designbeleuchtungsgeschäft wahrscheinlich für 30, 40 kaufen, weil ich die so schön finde. NX 5737 und die 569 ist Ihre Bestellnummer. Ja. Also die ist richtig schön. Bis zu 5 Uhr dürfen Sie zugreifen. Sieht auch schön im Wohnzimmer aus, Gästezimmer. Ich finde, das ist auch so ein Design, was nicht jeder hat. Das ist so dieses, ich weiß nicht. Also ich bin ja in den 70ern geboren. Ich weiß, das ist vor deiner Zeit. Aber dieses Flair aus den 70ern. Ich liebe das. Ich finde die so, so cool. Huda. Wir haben heute ein Hüt im Studio. Huda. Thank you. Und wir bleiben, ich wollte schon sagen bei Licht, aber das stimmt nicht. Wir gucken jetzt ins Luftqualität. Das ist ein Raumluftqualitätsmessgerät für die Steckdose. Und das ist richtig cool. Das ist nämlich so simpel und einfach. Man steckt das einfach in die Steckdose. Und ruckzuck weiß man die Luftqualität. Grün bedeutet gute Luftqualität. Gelb bedeutet, naja, können wir es mal wieder ein bisschen lüften. Und Rot bedeutet, uiuiuiui. Und das ist ganz einfach gelöst. Also mit diesen kleinen LED-Bogen. Ich finde das sensationell gut. Und es ist eben sehr praktisch. Weil ganz ehrlich, wir gucken ja, dass wir versuchen, zumindest hin und wieder uns gesund zu ernähren. Wir gucken, dass wir Sport machen. Wir gucken, dass wir uns irgendwie so fit halten. Aber manchmal merkt man ja gar nicht, es sei denn, es riecht unangenehm. Da merkt man gar nicht, wie gut oder schlecht die Luftqualität ist. Oder man hat sich daran gewöhnt, an diese schlechte Luftqualität. Hiermit können Sie wirklich mal testen, prüfen und wissen, wie die Luftqualität bei Ihnen zu Hause in den eigenen vier Wänden ist. Das ist wichtig, weil wir atmen so viel Sauerstoff. Das ist ja hier, das geht durch den ganzen Körper, durchs Blut, überall rein. Und wenn die schlecht ist, die Luftqualität, dann sollten wir da was ändern. Vielleicht einen Ionisator kaufen, etc. Da haben Sie ja viele Möglichkeiten bei uns. Aber hier sieht man ja auch direkt die Luftqualität. Das ist auch so ein Ampelsystem. Wenn es rot ist, wirklich allerhöchste Eisenbahn, dann müssen Sie was ändern. Vielleicht sind auch irgendwie Möbel, die Sie bestellt haben, die irgendwie schädlich sind. Oder Farben, die benutzt wurden, die schädlich sind. Oder Sie sind an einer riesen Hauptstraße, wo man einfach vielleicht auch so einen Luftreiniger hinstellen sollte. Das für 10 Euro, ganz ehrlich, Sie atmen, wir atmen immer, wir müssen, wir atmen immer. Es ist ja nicht so, dass wir immer essen oder immer trinken. Wir atmen unentwegt. Also das ist so wichtig und essentiell für den Menschen. Da sollten Sie wirklich mal ein bisschen hier investieren. 10 Euro ist ja sowieso ein Schnäppchen. Was das hier alles misst, und zwar, also es ist zum Beispiel auch für Kohlenmonoxid, also für alte Öfen, Zigarettenrauch, Methan, Ammoniak und natürlich aber auch Ethanol, Wasserstoff, Benzol, Methan. Also auch alles so flüchtige, organische Stoffe, die zum Beispiel in Lacken, Farben vorkommen, in Teppichen, Möbeln, wie du gesagt hast. Oder wenn Sie einen alten Drucker haben, das sind so ganz feine Feinstaupartikelchen, das alles wird hier gemessen. Und das für 10 Euro ist natürlich super. Ja, ja, und das ist wirklich sowas, an das denken wir halt nicht. Und da bin ich froh, dass wir hier als Elektronik-Sender Ihnen eben diese Möglichkeit bieten, auch sowas mal zu testen, weil daran denken wir nicht. Und wir können vielleicht gar nicht mehr feststellen, wenn wir in dem Gebäude so lange leben, ob es dann wie es dann riecht, ob das normal ist, ob es gut ist oder schlecht ist. Und hier mit Wissen bist dann eben endlich. Für 10 Euro einfach einstecken und Wissen, ja, und dann hier Ampelsystem sagt indirekt, wie gut die Luftqualität ist. Und bei uns ist die Luftqualität direkt besser, weil unsere Diana mit im Bild ist. Pol, lauft ihr, schneller, schneller, schüttel, 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 schüttel. So, gleich, es kann sich nur hohe Stunden an, wenn die folgende Sendung verzögert sich um eine Stunde, weil Diana wieder mal ein Spielkind ist. Wir schubsen Ihren grauen Alltag aus den eigenen Fivetten, das haben wir versprochen, das machen wir für Sie. Richtig so. Oh, guck mal hier, eine richtig leistungsstarke Powerbank für unterwegs. Und hiermit können Sie Ihre Smartphones laden und ich sage bewusst Smartphones, denn man kann hier zwei auf einmal laden. Das ist richtig cool. Also hier USB-Powerbank im Slim-Design, 20.000 mAh, zwei USB-Ports und extra starke Leistung im kompakten Format. Also das ist genau das wir brauchen, sehr kompakt, aber ultra stark und eben gleich zwei Geräte auf einmal laden mit bis zu 10,5 Watt. Gesamtleistung haben Sie eine wirklich, wirklich starke Stromquelle, riesige Kapazität für viele Extrastunden, 20.000 mAh und verlängern die Laufzeit Ihres Smartphones um bis zu 100 Stunden. Also natürlich ideal beim Camping, Wandern, Tagesausflug oder im Urlaub. Hier für alle, alle, alle USB-Geräte. Wirklich. Das stimmt. Und die ist nicht größer als ein Smartphone, also liegt super in der Hand, ist ultraflach, passt in die Handtasche, Hosentasche, Jackentasche, passt überall hin. Und die hat wirklich eine enorme Leistung von 20.000 mAh. Das heißt, du kannst dein Smartphone einmal komplett aufladen. Es gibt ja so billige Powerbanks, da kannst du dein Smartphone nicht mal mehr zur Hälfte aufladen. Aber hier einmal komplett voll, das ist Qualität von Revolt und hier kann man, wie gesagt, zwei Geräte gleichzeitig laden. Also gibt es auch keinen Streit mit dem Partner. Das ist fein. Und wissen Sie, was ich auch noch cool finde? Selbst wenn man die Powerbanks selber lädt, kann man währenddessen die Geräte, die man an der Powerbank hängen hat, weiterladen. Weil manchmal schalten sich diese Geräte aus. Das müssen Sie nicht. Ich kann einfach einmal weiterladen. Das ist auch toll. Natürlich haben wir hier, weil es ein Qualitätsprodukt ist von Revolt, geschützte gegen Kurzschluss und Überhitzung und auch gegen Überladung. Wir schauen mal zusammen auf perl.de, um da den Preis zu vergleichen. Knapp 29 Euro und das ist die Premium-Serie. Also ich finde die Sendung hier immer geil, muss ich sagen, weil ganz ehrlich, warum will doch sparen? 10 Euro. Ja, ich darf doch mal geil sagen. Es ist geil, dass du hier ein Produkt kriegst, was eigentlich 28 Euro kostet, für 10 Euro. Also wenn Sie das sich entgehen lassen, kann ich Ihnen auch nicht helfen, muss ich sagen. Dann greifen Sie zu, während es noch hier für Sie zu haben ist. ZX 28 59 und die 569. Das braucht jeder Haushalt mehrmals, denn alle müssen immer erreichbar sein. Alle sind mobil unterwegs und alle brauchen Strom to go. So ist es heutzutage in diesem digitalen Zeitalter. Schlagen Sie dazu, lassen Sie sich nicht entgehen. Was haben wir noch zu addieren? Es war eine richtig schöne Sendung. Das ist auch schon wieder das Ende der Sendung leider. Ja Mensch, warst das schon? Ja, das war es schon, glaube ich. Diana ist weg. Deswegen, ich glaube, wir haben keine Produkte mehr. Schade. Ja, so schnell kann es gehen. Aber ich hoffe, wir haben auch ein bisschen Ihren grauen Alltag etwas bunter gemacht, in gute Laune übermittelt und vor allem diese Schnäppchen. Jetzt greifen die da schnell zu, denn es macht Sinn. Also ich habe meine Lampe, die schöne Lampe, oh mein Gott, ich muss auch anrufen und die mir selber bestellen. Ich bestelle mir auf jeden Fall eine Powerbank, weil mein Handy ist auch ständig leer. Wer kennt es nicht, rufen Sie jetzt an, bestellen Sie Ihre Lieblings-Schnäppchen unter 0800 51 51 und 3 mal die 4. Diese Rufnummer ist selbstverständlich kostenfrei für Sie. Viel Spaß. Bye.